Ich darf Sie herzlich begrüßen zur letzten Pressekonferenz im Jahn-Stadion nach dem 38. Spieltag, an dem der SSV Jahn an dem Jahn-Stadion einen würdigen Abschied beschert hat und gegen Fortuna Köln mit 4 zu 0 gewonnen hat und das Ganze vor 3.889 Zuschauern. Ich begrüße bei mir die beiden Cheftrainer, Uko Chinat und unseren Cheftrainer Christian Brand und bitte den Gästecoach und seinen Statement zu ihm heute gesprengt. Ja, schönen guten Tag. Ich glaube, dass wir heute wirklich alles getan haben, um zum einen meinem Kollegen, deswegen von uns allen nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, ein wirklich schönes Geburtstagsgeschenk zu machen. Zum zweiten, glaube ich, haben wir auch alles dafür getan als Gast, um heute hier an diesem schon irgendwo denkwürdigen Tag für Jahn-Regensburg mit der Verabschiedung aus dem Stadion, dass wir alles dafür getan haben, dass das auch so ein netter Tag für alle wird, die dem Jahn irgendwo die Daumen drücken. Ja, am Ende muss ich mir das als Verantwortlicher, als Hauptverantwortlicher im Verein für das Sportliche natürlich ein Stück weit selbst angreifen. Ich glaube, man hat heute gemerkt, dass wir nicht in der Lage sind, auf 3. Liga-Niveau zu spielen, wenn wir uns nicht entsprechend vorbereiten und ja, es ist ja kein Geheimnis, weil es auch durch die Medien gegangen ist, nachdem wir unser Ziel erreicht haben und der Jahn leider nicht mehr rechnerisch den Klassenhalt sichern konnte, habe ich der Mannschaft erlaubt, den ein paar Tage auf Mallorca zu verbringen, letztendlich den Klassenhalt zu feiern, weil man bei uns einfach immer berücksichtigen muss, unabhängig vom Wettbewerb, dass wir zweieinhalb, jetzt drei Jahre permanent mit dem Messer an der Kehwe gespielt haben. Die Jungs haben für mich in diesen drei Jahren unmenschlich geleistet, immer die Ziele erreicht und deswegen habe ich da ein bisschen locker gelassen, zeigt aber auch, wenn man das tut als Trainer, muss man mit den Konsequenzen leben. Die Konsequenzen waren heute, dass uns der Jahn richtig hergespielt hat. Zum einen, aus dieser etwas veränderten taktischen Grundordnung heraus haben wir überhaupt kein Mittel gefunden, den gegnerischen Ballbesitz irgendwo zu gestören. Wir waren sehr, sehr fahrlässig mit unseren eigenen Kontermöglichkeiten, haben die nicht gut ausgespielt, haben darüber hinaus natürlich dem Gegner eine wahnsinnig hohe Zahl an hohen Möglichkeiten zugelassen. Das lag vor allen Dingen daran, dass der Jahn, und damit habe ich gerechnet, in diesem letzten Spiel alles reingeworfen hat und in einer sehr, sehr hohe Intensität Fußball gespielt hat, wir konnten da nicht dagegen halten. Insofern war es dann so, dass Alex Monat aus meiner Sicht im Tor mit einer sehr guten Leistung in den ersten 30 Minuten noch verhindert hat, dass wir in Rückstand geraten und als wir eigentlich schon so fast in der Pause waren, schlägt dann der Jahn doppelt zu. In der zweiten Halbzeit muss man Angst haben, dass wir wirklich einen Debakel erleben, aber ich glaube, dann hat Jahn Regensburger auch ein Stück weit losgelassen und am Ende sind wir hier irgendwo noch mit einem blauen Auge davon gekommen, aber nochmal immer unter der Berücksichtigung dessen, was heute die Rahmenbedingungen von uns waren und das ist mit Sicherheit nicht stellvertretend für das, was die Mannschaft normalerweise leisten kann. Ich bin jetzt froh, dass wir die Klasse gehalten haben. Die Dritte Liga ist für uns etwas ganz, ganz Großes. Ganz klar müssen wir ja wieder eine sehr, sehr Vorbereitungen haben, müssen wir wieder unsere Grundtum mit finden, um auch ein weiteres Jahr dritte Liga zu spielen, aber ich denke, wenn wir uns auf das besinnen, was uns ursprünglich stark gemacht hat, dann haben wir da auch alle Möglichkeiten. Im SSV Jahn Regensburg wünsche ich alles, alles Gute. Ich hoffe, dass der direkte Wiederaufstieg gelingt, dass den Verantwortlichen, dass sie ja letztendlich zum einen den langen Atem haben, um durchzuhalten, um ein Stück weit auch gegen Widerstände zu gehen. Ich denke, dass der Verein die Möglichkeit hat, in diesem tollen neuen Stadion mit einer Grundgruppe sofort rum mitzuspielen und dann die Möglichkeit, die Meisterschaft zu erringen. Und dann bin ich besichert, wenn die Menschen alle auch wieder auf seine Seite ziehen in diesem tollen neuen Stadion und dann wird der Anregensburg auch wieder ein Mitglied der Dritten Liga werden. Da wünsche ich dir, Christian, denn ich habe gehört, ich hoffe, das bleibt dabei, dass du diesen Neuaufbau auch in die Wege leiten kannst, wünsche ich dir alles, alles Gute. Ich weiß, Viertliga-Fußballern da rauszukommen ist nicht so einfach. Auf der anderen Seite, ja, wenn ich heute gesehen habe, was sie hier noch am letzten Spieltag auf dem Platz gezaubert haben, dann glaube ich, kann man optimistisch sein. Alles Gute und schönen Sommerferien, danke. Vielen Dank, Uwe Korschnitz, ja, und Christian, deine Antworten und natürlich auch der Städte zum Spiel. Ja, Uwe, vielen Dank für wirklich die netten, netten und warmen Worte auch für uns hier beim SV Jahr in Regensburg, auch für die Mannschaft. Natürlich haben wir gewusst, dass ihr vier Tage auf Mallorca wart und ich habe den Jungs jetzt einfach auch gesagt, dass wir dementsprechend auftreten werden und wollen, weil wir es einfach auch den Zuschauern und den Fans schuldig sind, dass wir hier das Jahr ein Stadion gewöhnt verabschieden. Das Spiel heute, ja, war großartig. Ich hatte mir im Vorfeld einfach gewünscht, dass die Leute, die hierher kommen, Freude haben, dass sie einfach Spaß haben, auch an einem Fußballspiel, dass die Mannschaft so auftritt, wie auch schon in den letzten Wochen spielerisch, dass wir da immer weiterkommen, dass wir taktisch variabel sind und viele Möglichkeiten auch haben. Fortuna Köln war klar ein dankbarer Gegner heute auch für das, was wir vorhatten. Aber trotzdem muss man auch erstmal vier Tore machen und weiter so spielen. Und von daher bin ich natürlich mit dem Spielverlauf zufrieden und ich habe auch in so einem Spiel, auch wenn es das letzte Spiel der Saison ist, ganz, ganz wichtige Erkenntnisse gewonnen über die Mannschaft, über den Charakter, über die Art und Weise, wie die Jungs sich präsentiert haben. Und klar, ein bisschen abgestiegen, das ist sportlich natürlich bitter, aber ich ziehe einfach den Hut vor diesen Jungs, die wirklich auch eine wirklich schwierige Zeit haben, dass sie sich in keiner Phase der Saison, also zumindest nachdem ich hergekommen bin, ab dem Winter, dass sie sich nie haben hängen lassen, dass es unglaublich schwierig war, wenn das Fallball immer im Genick ist. Es gab viele Möglichkeiten für uns, immer wieder den Anschluss zu schaffen, das haben wir zwischendurch mal geschafft, dann mal wieder nicht. Aber die Jungs haben sich nie aufgegeben und haben immer weiter gearbeitet, daran gerissen, daran gezerrt und es ist klar, irgendwann werden die Spiele wieder weniger, wie Heinz Reichweiler sagen will. Und jetzt ehrlich haben wir es nicht geschafft. Heute, fand ich, war es ein versöhnlicher Abschluss für alle die, die Fußball würden, weil ich glaube, dass sie einen richtig schönen Spiel gesehen haben. Und wir werden nächstes Jahr wieder angreifen und da, was der Uwe sagt, das ist natürlich vollkommen richtig, diese vierte Liga, das wird ein ganz, ganz hartes Brot, das wird eine verdammt harte Liga. Aber ich habe total Bock, das neu aufzubauen. Ich wünsche mir, dass die Leute einfach auch irgendwann sehen, dass es vorwärts gehen und geben, beziehungsweise das heutige Spiel auch zum Anlass nehmen, sowas wie eine Euphorie entstehen lassen zu können. Ich finde, bei allen Dingen, die gelaufen sind in so einem Jahr, also man muss irgendwann einfach mal einen Haken machen und sagen, okay, die Dinge sind, wie sie sind und jetzt geht es wieder von vorne los und wir greifen wieder an. Man kann natürlich das ganze Leben immer alle negativen Dinge aufzählen, aber das führt letztendlich zu keiner Lösung. Und das ist für mich der Ansatz. Ich finde, der Verein, und da geht es nur um den Verein, der Verein hat eine Chance verdient auf eine nächste Chance, weil man auch sieht, wie die Spieler arbeiten, was sie alles in die Waagschale schmeißen. Und ich verstehe den Unmut, aber niemand macht absichtlich Fehler und niemand steigt auch absichtlich ab. Und klar ist das bitter für den ganzen Verein, für die Region und für die Stadt, dass man im neuen Stadion vierte Liga spielt. Aber es geht doch irgendwie im Leben auch darum, dass man den Leuten und den Menschen Freude bereitet, dass man mit Herzblut dabei ist. Und ich kann einfach nur von meiner Seite sagen, dass die Jungs hier alles reingehauen haben während des halben Jahres und dass sie das auch ab dem 16. Juni, wenn es wieder losgeht, auch wieder machen werden. Und was ich einfach nur möchte, ist, dass die Jungs und alle, die hier da mitarbeiten, einfach eine faire Chance erhalten. Weil ich glaube, das ist auch Profifußball. Da ist man mal am Boden und dann jemand geht es wieder weiter, arbeitet hart und versucht, den Bock wieder umzustoßen und versucht, wieder aufzusteigen in die Drittliga. Das würde ich uns allen wünschen. Und in dem Sinne, Fortuna Köln, viel, viel Glück, Uwe. Ihr habt dann vorher in das Jahr gespielt und euch wünsche ich alles Gute. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Herr Christian, dann folgen jetzt natürlich noch die Fragen der Journalisten. Wenn ich ein kurzes Handzeichen, dass wir das Mikro reichen können, würde ich schaffe, wenn wir in der Zeitung beginnen. Nur eine Frage geht an Herrn Brandt. Wie ist der Marschplan? Ist heute sofort Schluss beim Jahr? Werden die ganzen Spiele ausgerüttet? Was geben Sie den Spielern für die dreieinhalb Wochen, glaube ich, Pause, die jetzt sind mit auf den Weg? Geht es darum, den Kopf komplett frei zu bekommen oder sich auch ein bisschen fit zu haben? Nein, nein. Also wir haben morgen Mannschaftsessen mit allen Spielern auch, die den Verein verlassen. Dann haben wir Trainingspläne ausgearbeitet. Ganz normal. Wir werden am 16. Juni anfangen mit der Vorbereitung. Die Jungs haben ungefähr sieben bis zehn Tage Pause und dann geht es auch schon wieder los. Wir müssen so früh es geht wieder anfangen, hart zu arbeiten. Und wir sind vorbereitet und werden uns dementsprechend verhalten. Herr Brandt, grundsätzlich mal auch von unserer Seite alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Herr Brandt, wie sieht es denn aus wie ein Großteil der Mannschaft, die heute gespielt hat, auch im nächsten Jahr in ihr anderes Sinn? Wie ist die Tendenz? Wie planen Sie? Die Jungs, die heute auf dem Feld waren, von denen würde ich gerne einen Großteil übernehmen. Es laufen Gespräche im Hintergrund. Viele von den Jungs haben Angebote und auch vom Jahr an vorliegen. Und sie wissen auch, wie wir planen. Und von daher warten wir einfach auch darauf, wie die Mannschaft sich zusammenstellt. Und wir sind im Hintergrund ziemlich ernstig tätig und versuchen eine starke Mannschaft aufs Feld zu kriegen. Und dann Armin, gibt es weitere Fragen? Ist nicht der Fall, dann noch schnell die Parallelspiele. Ich habe eben gesagt, die Ergebnisse. Erfurt schlägt unter Haching mit 1 zu 0. Kiel verliert gegen Stuttgart der Kickers mit 0 zu 2. Mainz 2 und Chemnitz trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Cottbus verliert 2 zu 3 gegen Stuttgart 2. Dresden schlägt nach Haustauk mit 2 zu 1. Wegen Wiesbaden gewinnt 1 zu 0 gegen Duisburg. Sonnenhof Großasbach verliert 0 zu 1 gegen Bielefeld. Osnabrück gewinnt 2 zu 0 gegen Halleschen FC. Und Preußen Münster verliert 1 zu 2 gegen Borussia Dortmund. Deswegen ist jetzt Armin, Bielefeld, äh, deutscher Meister. Das dauert noch 2 Dreier. Haben die Meisterschaft in der 3. Liga herum. Auch von unserer Seite natürlich an dieser Stelle der Herzlichen Glückwunsch. Haben sie sich, glaube ich, wirklich verdient. Und, ähm, auch der dritte sportliche Absteiger steht mit unter Haching fest. Jetzt habe ich noch 2 Hinweise. Es gibt noch 2 weitere Veranstaltungen im Jahnstadion. Das ist zum einen am 11. Juni eine Verabschiedung der Gaststätte Jahntribüne. Wo dann auch eine Versteigerung stattfinden wird mit historischen Gegenständen hier aus dem Stadion. Und am 27. Juni wird ja das Theater in Regensburg hier auch eine Aufführung unter dem Motto Abpfiff aufführen. Das sind die letzten beiden Veranstaltungen dann im Jahnstadion. Heute ist zum letzten Mal der Ball gerollt. Und vielen Dank für das Interesse an der Pressekonferenz. allen Schlusswochenende und den Gästen eine gute Einfahrt.